jo leute und damit willkommen zurück zu live in the woods mit dem flash mit zentos der irgendwo keine ahnung wo gerade ist ich bin hinterm haus ich bin immer hinterm haus hallo ich muss irgendwo mein wein anbauen du weißt dass du die erst mal was den samen das sind samen ja aber so funktionieren die mich hat funktionieren nicht das sind samen da drin ja freudig du musst die felder aber erst mal bestellen das ist egal die bleiben jetzt so geht es mal weg weil das geht uns nicht scheiß egal was schon mit pharma lasst mich was ich bekloppt dafür ich darf das wenn man ganz eisen fällig ist ja ja er muss weiter brennen hier wenn ich den ausmache habe ich so um die 150 wenn ich den schädel ausmache keine ahnung ich lasse mit 45 aufnähen das reicht ja da habe ich ein bisschen weniger hatte ich alles erst mal bitten wir auch noch mal an den einstellungen rumspielen ja egal ist ja nicht so wie früher wo das so lange gedauert hat bis die einstellung ist mal geladen worden ne geht es ein bisschen schneller aber liegt für ja auch eine matz ne das ist generell besser geworden aber kommt meistens darauf darauf an die arbeitsspeicher du drin hast natürlich umso besser können die geladen werden auch flackern drin recht wie den smooth hast du dir das schmutz angemacht cool mein kopf hat sich geschlossen super ist ja umgestellt ich habe eben vom smooth auf diese fancy ne auf shank gewechselt anders kommst du nicht weiter und zack zugewesen ist ganz gut dann kann ich in der nacht arbeiten kann ich ja weiter in der nacht arbeiten alleine naja solange du hast auch gar nicht bis ich neu gestartet habe na und ich arbeite gerne in der nacht bist du auch behindert nö doch das wüsste ich ne nachtarbeit ist noch nicht schlimm was dass du behindert bist krieg mir wenigstens mehr fertig dann muss ich mal hinlaufen und Sachen machen ja ja ich bin doch nicht bescheuert bist du immer bescheuert und dieses multichor war das eben oh das spielt manchmal sowieso ja aber da steht ja irgendwie eh frei hier das man lieber nicht multichor einstellen soll bei optifine so da bin ich schon wieder ne danke kannst du dann gleich wieder gehen ne ähm ich kann doch den anmachen hab ich 45 fps 46 motion blue ja ich mag den aber nicht uuuh get the fuck off aha der wollte grad zisch machen da oben ja zisch bumm hallo ich hab gesagt du sollst wieder zurück in deine hütte gehen du arbeiter nein nein haben wir noch nein was wir jetzt haben ok da ist ein creeper ach ja ich weiß was ich beim letzten mal machen wollte ja alles klar ein skelett muss ich noch nicht muss ich sagen muss ich hier ist das schade eigentlich ja noch eins ja nö was war keine absicht ich krieg den ganzen scheiß bambus ins gesicht ach voller absicht war das eben ne hier gar nichts ja ich weiß was alles oder was ne ne schon gut war grad mit mir selbst gesprochen ja das war mir klar so wie immer so wie immer das wollte ich dran haben oh ein zombie was hätte ich denn noch was haben als zombie oh bist gestorben war ich nicht nein war ich hier in den berg reingebogen hm ja da komm noch ein eingang hin komm noch ein eingang hin komm noch hier in den berg rein alles gleich ich hab dich gehört da nicht in den der der und ich will das grad generell bei mir ja leck 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 ne hh hm schlägt doch gerne darum ja der moment mach ja noch mal ganz kurz ich glaube dann bin ich gleich wieder da ne will ich nicht doch habe ich konflikt vor wie war das wieder ein bisschen mehr schön alles anbauen das wollte ich vorher gucken bei sechs stein das kann jetzt wieder weg brauche ich nicht brauche ich nicht nach dem essen oder keinen punkt da reinsetzen ist gepupst du es gepupst ja so wie wir werden nicht freunde das kannst du dir abschwingen da kannst du so viel kuscheln kombi möchtest das wird nicht mit uns beiden schon wieder los ich bin immer noch allein auf dem server schlafen geht und man auch schon leute nicht was eigentlich geklatscht motion bloß so scheiße mag ich überhaupt nicht auch schon bloß geil weil es bei denen nicht läuft doch das läuft aber das ist ekelhaft ach das ist echt ich finde es ekelhaft ist echt so hallo scharf lassen ist der flausch die da unten in ruhe aber nicht das ist mr flausch knack nicht ist der flausch die darf da sein hat die schnauze hatte ich noch was was gesagt alles glätt da oben hallo tschüss tschüss mäh bist du was mäh oder bist du mäh hast du denn schon wieder mäh drescher wo hat der mein eingang da bin ich schliebe basalt und ich brauche nicht mehr basalt hat jetzt auch richtig sein ausgemacht ja ich glaube ich muss den eingangsschrauber größer machen ich glaube das reicht ich glaube das reicht 3 na komm ja 5 breit ey was zu tun hier ok so so 5 eingang du verkriegst dich doch wie auf deine felder du du ne ich mach grad gar nix weil nix bei dir funktioniert weil OBS ich pack grad rum es ist Minecraft dann ist es OBS liegt immer an dem der es bedient hehehehe 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 da ist aber so ok da musst du nicht beleidigen werden hehehehe na ach ja zentus 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 komplett bezirchen neustart gleich was juhu jetzt hab ich meine ruhe jetzt kann der nichts hören aber ist egal also wir werden in der zeit jetzt schon ein bisschen in der mine rum dachseln hier in der mine eingang ein bisschen verfeinern Um schnell einen Umgang zu haben, ein paar Schächte hochzuschieben, für Pipes oder Minecraft mal gucken. Und dann später vielleicht eine Query aufbauen, so als Stollen. Muss ich mal schauen, was ich noch vorhabe. In der Zeit kann das Feld halt wachsen mit den exotischen Sachen, so ein bisschen Tee, bisschen Kaffee. Ich weiß gar nicht, muss ich mal gucken, ob ich das automatisieren kann ein bisschen. Das irgendwie ein bisschen hinbekommt, in der Zeit aber, wie gesagt, knüppeln wir jetzt erstmal die Mine bis unten hin. Da war ja noch dieser Bereich, den ich ein bisschen größer gemacht habe. Den war ich auch noch ein bisschen größer als Zwischenstation. Wo man vielleicht so einen Minecraft inlernen kann. Oder ich mache vielleicht noch vorher eine Zwischenstation, wo sich ein bisschen alles abspielt. Ich werde dann hier auf einer Ebene vermutlich rechts oder links einen Minecraft hochschicken oder Pipes halt. Da muss ich mal gucken. Weil wir haben ja die Quaffpipes, die kosten ein bisschen Material. Aber das ist ja dann egal im Endeffekt. So werde ich das wohl alles oben pumpen, zwischen die Etage bauen, alles schon mal vorbrennen, die Kohle da reinbringen, irgendwie mal gucken. Ich weiß es noch nicht, wie die sagt. Das werde ich mir in der Zeit überlegen, weil wir halt keine Extremtechnik-Mods haben, sondern halt nur vereinfachte Mods. Und das macht das natürlich ein bisschen einfacher. Jetzt bin ich gerade am überlegen, reicht die. Wenn ich jetzt hier noch einen Block setze und hier die Treppe ist. Ich glaube, da mache ich die Decke noch ein. Ich glaube, das wäre besser. Das scheint jetzt hoch, aber wenn ich jetzt hier noch zwei Blöcke drauf mache, was ja dann passieren wird, ist natürlich die Frage, reicht das dann. Eisenschlitzhacken kann ich mir momentan ja ein bisschen leisten. Und solange der Quatschkopf weg ist, habe ich auch ein bisschen was Einfaches zu quatschen. Die Zeit können wir noch ein bisschen ärgern. Oh, nö, Sand. Ne. Geh weg. Kein Sand. Kriegen wir noch ein bisschen schneller. So. Blau gestopft. Reicht. Und auf Sand habe ich gar keinen Bock. Jetzt schauen wir mal. Cobblestone. Beziehungsweise Basalten-Cobblestone, was ich ja brauche zum Hausbau noch. Habe ich auch noch hier. Erste Viertelstunde und der hat nur Probleme wieder. Problems. Verdusch. Länge, jetzt hätte er noch. Können wir gleich mal gucken, ob wir schon mal ein paar Treppen hinsetzen. Ein paar Blöcke. Nur überlegen, ob ich die Decke mache. Im Allgemein. Oder allgemein alle Blöcke hier verteilt. Flaming Gravel. Oder Sandstone. Verdammt. Irgendwas ähnliches wie Sandstone. So, Wände müssen natürlich gefüllt sein. Ich habe keinen Bock, dass hier noch irgendwelche Creeper dazwischen sitzen. Eieieiei. Das wollte ich jetzt nicht. Und wenn sie fragt, welche Musik das ist. Das ist immer noch Star Duelli. Wird sie dann irgendwann vermischen mit anderen Playlisten. Und dann muss ich aber erstmal wieder Gamer-freie und nicht geschützte Musik, beziehungsweise Musik reinpacken, die ich auch nutzen darf. Reinpacken. Damit es nicht so ganz eintürig bleibt. Ich bleibe sehr entspannt eigentlich, die Musik. Und da ist der Quatschkopf schon wieder. Na, Quatschkopf. Mir auch. Guck mal, ich habe die Leute wenigstens unterhalten. Was kannst du? Ja sicher. Hallo. Flash Entertainment. Hallo. Hoch die Hände Wochenende. Siggi. Ausgerechnet du. Siggi, Siggi, Siggi. Na ja. Was denn? Kannst du die Leute nicht still und heimlich hier so einfach zugucken lassen? Du musst sagen, wie scheiße du bist. Ja was denn? Kann ich nicht auslassen. Immer zu sagen, dass du kacke bist. Du musst gerade der Richtige sagen. Hallo. Bin ein liebenswerter, netter Mensch, okay? Ha, ha, ha. Ananas, Ananas. Du kriegst schon so eine Ananas, ja. Ja, ein bisschen Ananas, ja. Nee. Komm mal lieber da ran. Was willst du? Komm lieber hier ein Spiel hier, du. Du, du, du. Du, 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 du. Und der Jointer wieder. Der Frechdachs. Immer dieser YouTuber, der immer richtig vorbereitet. Knack mal nicht. Hä? Ist ja richtig vorbereitet, aber wenn das nicht läuft, dann... Ja, genau. Immer auf die anderen schieben. Immer auf die Technik. Klar ist so meistens. Ob die Technik immer schuldet ist. Die Technik kann nix dafür. Es ist schon echt komisch mit Motion Blue und Licht zu spielen. Es ist ein bisschen dunkel, manchmal ein bisschen hell. Findest du? Ja? Ja, nee. Es könnte mal ein bisschen Wurbel irgendwo auftauchen. Na, schöne Scheiße, das liegt am Shader. Wenn ich den auf High stelle, dann spinnt man einen Encoder rum. Aha. Ich brauche unbedingt ne andere Grafikkarte. Unbedingt. Ja, was hat's da vorher drinnen? Nur Medium? Ne, Light. Oh. Der hat die Light Edition ohne Zucker oder was? Richtig besser. Haha. Warte mal, Medium? Medium geht auch. Nur High nicht. High kann nicht knicken. Ja, Highfischer oder was? Bei High steht jetzt sowieso das. Ne Höhe Grafikkarte. Also ab 770. Ja. Deswegen sag ich ja. Hä? Wie gesagt ich das hier gerade. Mhm. Ja, ist klar. Übertreib mal. Wie weit bist du dann nicht mit dem Lager für die Kisten? Willst du mich verarschen? Ich mache jetzt gerade erstmal den Mein Schacht. Wenn du mal deinen Centus Arsch hier bewegen würdest und mithelfen würdest, dann würden wir den schneller kriegen. Na ja, wieso? Weil ich den mit dem verbinden möchte. Ja. 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 Jetzt habe ich die Leute schon aufgeklärt. Nur dich nicht. Weil du wieder wegfährst. Ich weiß nicht wo du hin wo du Spacken bist, ach klar. Im Berg. Keine Wichser. Na? Ach komm. Haben wir ja. Was? Was? Nix. Ja, aber nicht die Fackel, ne? So eine Fackel ausstellen. Fackel dir gleich eine. Wie weit wolltest du? Erstmal bist du da unten hin. Erstmal siehst du da unten? Da ist die Fläche. Ja, ne ne ne. Was anderes. Mal genäht habe ich an. 2,4,7. Wolltest du mal reingehen oder? Ja.